Oh, ich hab schon mal hier oben drüber. Ich bin halt so bescheuert, endlich. Wir auch, halt genau hier oben, was gelb ist. Jetzt wie bei einer Sitzprobe. Jetzt erstmal hier drunter. Jetzt muss ich so ein bisschen nach oben legen. Da kommt die Spannung mit beiden Ausbauern. Und ja, wir machen Blödsinn weiter. Das sieht man euch aus an. Nicht auf meinem Schoß. Ja, so ein bisschen ist normal. Das geht ja auch dahin, weil wir euch ein bisschen umjangen haben. Hier ist jetzt Kronjugend. Ja, passt. Ja, check. Wir bringen euch jetzt noch ein bisschen nach vorne. Und dann noch zwei Stimmen nach links. Damit da ein bisschen weiter hier wegkommt. Nicht, dass einer noch eine Trellung nach hinten dann hat. Oh, das geht schon gut hoch hier. Wir haben da so einen Maler. Der kriegt das wunderbar hier. Kein Künstler. So, oben alle bereit? Nein. Ja. Es ist 300 Kameras hier gesehen. Na ja, alle haben hier den Pick-up startiert. Seid ihr beiden denn bereit? Ja. Wollt ihr mitkommt auch noch? Ja, mit? Jungs, lehnt euch erstmal schön zurück. Richtig nach hinten rein lehnen. Jawohl. Und dann würde ich sagen, oben alle Zuschauer bereit. Wir starten in 3, 2, 1, go! 5, 2, 2, 3, 4, schув. In 1, 12, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1. Ich bin wieder auf der Yacht. 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 Ich bin wieder auf der Yacht.